Hallo, ich grüße euch meine Lieben. In diesem Video werde ich euch ganz kurz mal anteasern die Möglichkeiten, die wir haben, hier über Pytrive direkt aus dem CRM heraus, in-Bike bis zu 100 E-Mails zu versenden. Und wenn du jetzt quasi jetzt nicht so viel Masse hast, also B2B vielleicht letztendlich dich bewegst und so weiter, dann kannst du hier also eigentlich recht gut arbeiten schon. Ja, also ohne dass du letztendlich hier einen e-mail automatischen Marketing Tool hier verwenden musst. Aber naja, also irgendwann wird es dann eben schon fällig, insbesondere wenn du natürlich dann Traffic schaltest und so weiter. Aber da will ich jetzt gar nicht ins Detail reingehen, sondern hier also gekapselt, also mich auch nur auf ein Thema fokussieren und das ist letztendlich hier die Filterfunktion. Also wir haben jetzt hier ungefähr 116 Kontakte drin. Das ist jetzt zum Beispiel hier mein eigenes, eines meiner eigenen Accounts. Das sind jetzt hier quasi so 116 ungefähr, mehr oder weniger 116 Systemhäuser. Die meisten davon SAP Systemhäuser. Das ist so eine meiner Kernzielgruppen und auch Kernkompetenzen, eben Leads zu machen für SAP und ja hauptsächlich SAP Systemhäuser im DACH, aber auch in Europa. Und das mache ich jetzt schon seit mehr als zehn Jahren und deswegen hier. Genau, also was ich jetzt natürlich herausfinden möchte, ich habe das jetzt natürlich hier aufgrund von Datenschutzregeln und so weiter, nehmen sie auch immer sehr genau da in der Branche, hier das ausgepixelt. Ja, aber was du jetzt hier nicht sehen kannst, ist, dass letztendlich hier einige dieser 116 Kontakte habe ich die E-Mail von, von einigen habe ich die E-Mail noch nicht. Ja, und jetzt möchte ich halt hier im Balk das Versenden, diese Weihnachts-E-Mail versenden. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf den Filter und deswegen ist auch das einfach so unfassbar genial. Ich gehe auf Kontakt und dann sage ich einfach E-Mail, ja, ist nicht leer. Ja, und dann gehe ich auf Speichern und dann sagt der gute Mann, ähm, gibt mir dann automatisch hier 78 Kontakte von den 116 raus. Das heißt, ähm, 18, ähm, 48 Kontakte hatten keine E-Mail und diese 87 haben eine E-Mail. Und jetzt kann ich hier, könnte ich theoretisch diese 87 auf einen Schlag, wie gesagt, bis zu 100 auf einen Schlag anschreiben mit einer, mit einer einzigen Sequenz oder mit einem einzigen, ähm, mit einer einzigen, ähm, Aufwand, ja, also das ist natürlich eine Weihnachts-E-Mail eben zu versenden. Das wollte ich nur ganz kurz hier mal anteasern, ja, und, ähm, diese Filterfunktion und auch die Möglichkeit, E-Mails, äh, im Balk, äh, bis zu müssen, wie gesagt, bis zu 100 E-Mails, eben automatisch direkt aus dem Pipedrive-CM rauszus versenden, ist einfach echt super, super, ähm, weil du letztendlich, wenn du jetzt quasi noch in den Anfängen bist oder generell nicht so die Masse hast, dir halt einfach diese teuren, äh, sehr, sehr guten, aber auch teilweise sehr teuren, wenn du jetzt noch am Anfang bist, äh, E-Mail Automation Tools, äh, dir ersparst, ne, da bist dann gleich nochmal 100, 300 Euro mehr los und, äh, einer der Gründe, warum wir ja auch Pipedrive als unsere Kern-KMU und Startup, ähm, CM nutzen für die Kunden, äh, die eben auch kleiner sind oder beziehungsweise auch schon teilweise größer, ähm, ist ja eben dieses gute Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, dass du eben mit anderen CMs eben nicht so schnell hast. Ich hoffe, hat dir das weitergeholfen. Wenn dir das weitergeholfen hat, ähm, dann mehr diese Videos von Pipedrive willst, dann einfach Daumen hoch, Kommentar, teilen das Video und dann sehen wir uns auf der anderen Seite, beziehungsweise wenn du mal ein persönliches Gespräch willst, äh, zu einigen dieser Themen, ja, und bist der Meinung, ähm, ähm, es ist dann auch, äh, besteht da auch für dich die Möglichkeit, dass wir da eben mal zusammenkommen, dann kannst du dir auch gerne bei mir einen Termin buchen. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, der Thomas Kein. Ciao. Hallo, mein Name ist Josef Seibel und ich entwickle seit über 20 Jahren professionelle Software. Meine größten Herausforderungen vor der Zusammenarbeit mit Thomas waren, wie ich mich auf eine Branche spezialisiere, wie ich da eine Nische finde und wie ich in dieser Nische verlässliche Kundenanfragen generiere. Bisher habe ich, äh, Aufträge aus verschiedenen Branchen angenommen und Kunden ausschließlich durch Weiterempfehlungen bekommen und somit auch einen breiten Bereich abgedeckt, aber nie wirklich ganz spezialisiert auf eine Nische. Seit der Zusammenarbeit habe ich eine Branche gefunden, in welcher es genügend potenzielle Kunden gibt und wie ich, und ich weiß, wie ich meine Firma skalieren kann. Die Kommunikation mit Thomas ist sehr gut. Thomas hat immer auf wichtige Themen sehr zeitnah geantwortet und hat mich nie hängen lassen. Für die Bereitung, Beratungsleistung kann ich Thomas auf jeden Fall empfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank.